so liebe leute herzlich willkommen zurück zuletzt bei lead for speed remastered heute geht es weiter mit den racern wir müssen es ja leider eh machen haben wir das zeit fahren hier gucken wir gerade was wir fahren auf auf so 6,4 kilometer magung die wir heute abholen müssen ja nie ist klar alter macht doch mal die frage frei und ich kriege aber doch genau daran ich will davon unquetsch und er zieht mich da rein zwar wird immer noch immer noch ein auto rein ballern das ist schwierig wenn ich nicht so gut bei dieser stelle ansetzen das werfen war natürlich und dann war wir haben noch 3,9 km ab jetzt 3,9 km vor uns Ich muss aber die Nutzeranzeige ein bisschen füllen. Zwei Kilometer von uns. Ich habe die Zeit mehr müssen, Alter. Jetzt habe ich drei, komm. Auf uns kriegst du sie zumindest hin. Zehn Sekunden noch neun, acht, sieben, sie wächst fünf. Ja, zumindest brauchst du sie. Ja, die scheiß zwei Autos, die eben da auf den Sack klingen, weißt du? Die kommen dann einfach hinter der Kurve, die spielen sie dann einfach. Egal, scheiß drauf. So, haben wir das auch? Wir brauchen Performance-Jährigen. Ja gut, wir müssen noch ein bisschen vom Level absteigen, ne? Oder Klum. Egal. Äh, nächstes Ding ist ein Hot-Pier-Suite, der uns jetzt auf jeden Fall bevorsteht als Grey Song. Und dann geht es weiter schon wieder mit den Kopf. Also, ja, es geht jetzt zack, zack, zack. Na gut. Gut. Wir haben drei Lagerbänder, dreimal EMP, also Gold. Ja gut, wenn wir Erster werden, wenn wir Gold. Klar, ich versuche es natürlich wie immer auf Gold zu bringen. Aber manchmal klappt das halt nicht. So, let's go. Ich habe natürlich einen Nagelbänder, äh, keine Nagelbänder momentan oder aber nichts. Noch keine Einheit, zwei. Nö. Ich habe auch noch ein paar Nagelbänder, willst du mal mit spielen? Ja. 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 In den letzten Jahr. Die ganze Zeit, der wir in den letzten Jahr. Ja. Ja. Na ja, ja. Ich hab ja gar keine Ahnung, es hat mir gesagt. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Wir haben jetzt den Porsche dahinter mitgenommen. Die können weiterfahren und die können starten. Das war doch mal der Muster. Das ist ein Hauptschock! Abschleppwagen momentan nicht vom Südbahn. Bitte machen. Neue Interceptor arbeiten. Oh, oh, oh. Einheit. Aber die Fahrzeuge erreicht. Die Typen denken gar nicht daran anzuhalten. Nehme Verfolgung auf. Da kann man so viel runter. Verdächtiger hat versucht, mich von der Straße zu ziehen. Verdächtiger hat das Nadelband ins Land. Sie lassen uns Verdächtiger dem Nadelband entkommen. Verfolgung kommt jetzt. Das ist ja hier mit dem Kopf. Genau. Gut da. Alle Einheiten zugreifen. Nadelband einsatzbereit. Verdächtiger setzt sich zu ihr. Er ist eigentlich schrecklich. Nein, das war das. Das ist mein Auto. Boah. Nein, das war das. Das ist mein Auto. Kontakt. Rechtskopf. Das ist mein Auto. Ich habe mich schön in Rennen versäucht. Ich habe mich schön in Rennen versäucht. Ich habe mir schön in Rennen versäucht. Ich habe Kontakt. Fahr nach Einheitsprojekt. Ich überrichte jede Menge Schaden an. Ich traue jetzt mal ganz kurz runter. Nee. Seitdem bin ich jetzt auch los. Gott sei Dank. Glück gehabt, da bin ich erst noch geworden. Das war nur heilig krass. Aber ja, ich bin froh, dass das Ding durch ist. Oh Gott sei Dank. Aber so gerade noch. Der kam auf einmal ziemlich nah. Der kam auf einmal verdammt nah auf einmal. So, wir haben noch das Auto gehalten. Und zwar am BMW M3 E92. Da ist er. Glück gehabt, ey. Das war für mich, glaube ich, das Ding auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, das wird freigeschaltet durch Level. Gut, dann haben wir das auch. Wir sind da durch mit den Racers. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es weiter mit den Cops. Tschüss. Tschüss.